Ich schwöre hiermit feierlich, dass ich alle meine Kräfte für die Unterstützung und die Verteidigung der Regierung der irischen Republik einsetzen werde. Also, hast du uns hier oben gesehen, als ihr über den Hügel gegangen seid? Hast du nicht. Du hast Rontag geguckt auf deine Schuhe. Zaubere Schuhe an einem toten Mann! Mihal wurde getötet, weil er seinen Namen nicht auf Englisch sagen wollte. Und das macht ihn zum Märtyrer, ja? Wir kaufen uns also alle eine Fahrkarte nach London. Ist das so gemeint? Lockführer! Mach keine Dummheit, Damien. Ist dir klar, dass du mir das schon sagst, seit ich zwölf war? Gott bewahre Irland, falls die Macht je in eure Hände gelangt. An die Vorstellung sollten sie sich gewöhnen. Ich habe den Befehl, die Verräter hinzurichten. Chris, etwa auch? Kongo, er ist ein Verräter. Es ist ein Krieg. Ich habe die Grenze überschritten, Shinneth. Ich bin bei dir, Damien O'Donovan. Ich hoffe, dieses Irland ist unseren Kampf auch wert. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Ken Loach. Wenn wir das verfolgen, wird jedes Kind unseres Landes die gleichen Chancen erhalten. Wird er wieder gesund, Doktor? Sicher. Erzählt eine Geschichte von Unterdrückung. Wenn die einen abknallen, werden wir auch einen abknallen. Opfern. Gebt nicht auf, solange wir nicht vollkommen unabhängig sind. Und dem Kampf einer Nation um ihre Unabhängigkeit. Das mächtigste Land der Welt bedroht uns mit Krieg. Ich habe versucht, nicht in diesen Krieg hinein zu geraten, bin es aber. Und nun versuche ich herauszukommen und kann es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017